Ja, meine Freunde, der Tim-Breithaupt-Deal befindet sich auf der Zielgeraden. Sehr spannend hier alles. Es wurde schon mal wirklich wieder gute Arbeit gemacht. Man konnte die Ausstiegsklausel deutlich unterbieten, sage ich mal. Wollen wir jetzt gleich drüber sprechen. Und ich möchte auch gleichzeitig in diesem Video auf die Auswirkungen von diesem Transfer dann einfach eingehen und was in meinen Augen noch unbedingt gemacht werden muss, um eine Dreierkette überhaupt spielen zu können. Also das in diesem Video. Daumen hoch wäre wie immer super und wir legen los. Tim-Breithaupt schon lange seit Winter ja ein Thema. Da wo Grueso uns dann im Winter verlassen hat nach San Jose, war ja schon Breithaupt ein Thema, weil Enno Maßen da schon unbedingt einen Ersatz wollte für die Sechs, weil Grueso ja auch bei ihm in der Hinrunde sehr viele Spiele gemacht hat. Da war Breithaupt ein Riesenthema. Einerseits war die Klausel von 4 Millionen uns einen Ticken zu hoch in dieser Phase des Fensters und auch Karlsruhe, also der KSC, hat keinen Ersatz scheinbar gefunden, um überhaupt das zuzulassen. Das waren so ein bisschen die Probleme im Winter. Jetzt war mal die ganze Zeit dran an ihm. Es gab so ein kleines Problem jetzt auch nochmal im Sommer. Der Deal war eigentlich schon fix. Man hat schon länger eine mündliche Einigung auch mit dem Spieler. Darum geht es gar nicht mehr. Teams wie Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach waren auch interessiert. Das nun mal so nebenbei. Und jetzt haben wir uns durchgesetzt augenscheinlich. Und es ist enorm spannend. Wir wollten die Klausel von 4 Millionen nicht zahlen. Daran hat es gehapert. Karlsruhe wollte natürlich auch nicht runtergehen von der Klausel. Warum? Auch 4 Millionen Klausel, Vertrag bis 2024. Aber der KSC braucht Geld. Und Breithaupt möchte wohl unbedingt nach Augsburg. Sprich, es ist eine schwierige Situation. Jetzt kommt der Coup. Also wirklich richtig stark, wenn es so ist. Man bekommt ihn für 2,5 Millionen. Das ist unter Marktwert. Er hat eine Marktwert von 3,5 Millionen. Ist ja noch ein junger Spieler. U20 Nationalspieler. Also das ist schon Wahnsinn. Also wirklich 3,5 Millionen Marktwert. Es ist manchmal wirklich top verhandelt. Wieder einmal 1,92 Meter groß. Und 21 Jahre. Wirklich top. Ich weiß nicht, ob dann Zahlungen noch im Nachhinein fällig werden. Weil wir scheinen ja momentan wirklich schon bei dem Transfer deutlich aufzupassen. Ist ja auch vernünftig so. Vernünftig wirtschaften. Bin ich voll dabei. Und wenn man hier wirklich 1,5 Millionen unter Marktwert kriegt. Respekt. Da muss aber irgendwo sich, das wäre ja Wahnsinn, irgendeinen Haken noch dran sein, dass man vielleicht leistungsbezogen noch irgendwie dann nach einer gewissen Zeit auch noch was Richtung Karlsruhe überweist. Und sonst ist dieser Deal ja Wahnsinn. Er hat sich im Februar einen kleinen Knöchelbruch zugezogen. Ist da ausgefallen seitdem. Die Reha läuft gut. Er wird im richtigen Moment zurückkommen. Wird wohl auch dann zum Rückrundenstart ein Thema werden. Und es kommt wirklich ein spannendes Talent hier zu uns. Ich habe über ihn schon so viel erzählt. Ich möchte gar nicht mehr so viel erzählen. Da könnt ihr euch die alten Videos anschauen. Julian Weigel, ähnlicher Spielertyp. 1,92 Meter, der gerne tief den Ball abholt und dem Spiel bis in Ordnung gibt. Auch defensiv Bewusstsein hat. Gegen den Ball sehr fleißig ist. Ist jetzt kein Zweikampfmonster. Aber jemand, der durchaus auch Bälle gewinnt. Gerade auch intelligent. auf dem Fuß dazwischen kriegt bei Pässen. Also Interceptions. Da hat er sehr gute Werte in der 2. Liga gehabt. Und spielstarker Mittelfeldspieler. Was heißt spielstark? In der Hinsicht, dass er gewissermaßen Ruhe ins Spiel bringen kann. Aus der Tiefe das Spiel ordnet. Da es seine Stärke ist. Aber jetzt keiner, der progressive Pässe nach vorne spielt. Wo es schon auch ein bisschen abgeht. Das soll dann der Dorschi wohl mehr machen nächstes Jahr. Ja, der Engels, die können das. Breithaupt ist halt jemand, der dann schon ein bisschen quer spielt. Ruhiger spielt. Aber auch das würde unserem Spiel schon gut tun. Wenn wir einfach ein bisschen... Ja, wir werden sie in Ruhe ins Spiel kriegen. Wir müssen gucken, wie es dann auf Bundesliga-Niveau zeigt. Ist aber definitiv das mitgrößte Zweitliga-Talent. Und ist schon seit 2 Jahren gehandelt als Bundesliga-Spieler. Und jetzt ist es soweit. Er kommt zu uns nach Augsburg. Hier schon mal herzlich willkommen. Der Deal wird 100% durchgehen. Wahrscheinlich jetzt eine Frage der nächsten Tage. Vielleicht wird es schon heute passieren. Vielleicht auch erst nächste Woche. Aber man ist sich hier soweit entgegengekommen. Die Ablöse soll zweieinhalb Millionen betragen. Für einen Spieler, der Marktwert hat von dreieinhalb Millionen. Restvertrag bis 2,24. Stark, muss ich wirklich sagen. Stark. Aber wir wissen nicht alles. Und Vertrag bis 2,28 für so ein junges Talent. Meistens ja, oder bei uns ist ja die Regel, was heißt meistens, keine Ausstiegsklausel. Sollte normal auch nicht ein Vertrag sein. Würde mich wundern. Okay. Und dann kommen wir mal zu den Auswirkungen. Den Breithaupt. Ich habe ihn jetzt hier mal neben Dorsch im Mittelfeld. Wir haben Optionen. Ich habe mal jetzt so, also für mich ist die Dreierkette jetzt so das Standardsystem, womit wir wohl planen. Aktuell kann man in meinen Augen noch nicht Dreierkette spielen. Dafür haben wir noch nicht auf der Schiene die nötige Power verpflichtet, die es braucht. Und man darf sich auch nicht zu sehr auf dieses Dreierkettensystem versteifen. Wir werden auch mal ein 4-4-2 spielen, mal ein 4-2-1-3. Wir rotieren da auch viel. Wir ändern ja manchmal auch Systeme im Spiel, wenn wir gar nicht reinkommen. Das ist jetzt nur eine Grundordnung. Hinten müssen wir eh nichts mehr tun. Mit Pfeiffer haben wir einen super Transfer gemacht. Winter schaut man sich ja auch nochmal an. Oxford hofft man ja auch, dass er nächstes Jahr wieder zu alter Stärke findet. Und Udukai muss man halt gucken, verlängern oder ob er geht. Aber trotzdem, ich glaube, er ist Udukai und wie bleibt nichtsdestotrotz. Er ist da echt gut aufgestellt. Und Maxi Bauer, der ja bei der U21 unterwegs ist. Dann auf der 6 haben wir jetzt mit Dorsch und Rechtsbetschei zwei Spieler, die gegen den Ball sehr hart arbeiten. Die beiden gehen für mich auf jeden Fall in den Konkurrenzkampf. Für mich keine gute Option, sie zusammen auf der 6 zu haben. Einer von beiden muss spielen. Und ich glaube, dass dann mehr Dorsch der Starter sein wird. Und Rechtsbetschei auch mal eher von der Bank kommt. Jetzt nicht jedes Spiel, aber eher der Fall sein wird. So ist mein Bauchgefühl. Und der Rex kann dann eher in den letzten Minuten mit seiner Power dann auch nochmal ja einfach das totlaufende Mittelfeld und uns da mehr helfen als vielleicht aktuell als Starter. So ist mein Bauchgefühl daneben. Wird wohl ein Breithauptengels Arne Meier spielen. Kann auch sein, dass der Meier wieder ein bisschen fällt. Das sind so die Optionen. Ein bisschen ein Spielstarker, ein Spieler noch neben Niklas Dorsch oder eben Rechtsbetschei, wer auch immer von den beiden spielt. Ich glaube, so wird das System laufen. Breithaupt ist jetzt nicht spielstark, aber passsicher, ballsicher. Ein bisschen Baumgartlinger-Style auch. Bei dem weiß man ja auch noch nicht, wie es weitergeht. Ist noch keine Entscheidung gefallen. Genau, so ist mein Bauchgefühl. Aber die Schiene. Die Schiene ist für mich nach wie vor so ein bisschen Problemstelle, um wirklich eine gute Dreierkette zu spielen. Ihr seht es ja auch wahrscheinlich auch im Nationalteam, was es ausmacht, wenn man Dreierkette spielt und man im Flügel weniger Durchbrüche hat. Das ist einfach schwierig. Ich bin allgemein nicht so der große Dreierketten-Fan. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Ich bin aber jetzt nicht per se komplett auch dagegen, wenn man in diesem System auch eine gute Ordnung hat. Wie zum Beispiel Stuttgart, die letzte Spielejahr, hat er sehr gut aus der Dreierkette gespielt. Haben aber mit Sosa und Wagnumann, finde ich, schon enorm gute Schienenspieler auch. Genau. Wir haben rechts Vargas, den ich hier einfach mal notgedrungen eingemalt habe. Der wird natürlich offensiver eingesetzt. Für ihn auch nicht seine Lieblingsposition. Zukunft auch noch ungewiss. Und Gummi. Hier muss was passieren. Hier muss ein Typ kommen, der nach vorne einfach auch viel Qualität hat. Assist und torgefährlich ist. Müssen in seiner Vita sein. Milan van Eyweyck, Patrice und so weiter. Die Namen, die halt so gehandelt werden. Sugawara, absoluter Wunschspieler von mir. Das sind die Namen, über die man nachdenken muss. Man wartet hier wohl echt aufs Transfererlöse, bis man hier was tut. Sonst ist für mich Dreierkette schon schwierig. Ganz ehrlich. Und links. Petersen, muss man halt bedenken. Sehr viel Belastungssteuerung notwendig bei ihm immer. Er braucht immer Pausen nach Spielen. Verletzungsanfällig. Nicht ganz ungefällig. Jolly, da muss man gucken, ob er diesen Durchbruch dann wirklich schafft. Und wir haben Aaron Zehnter. Ich habe hier Zehnter als Backup. Weil für mich Zehnter für die Dreierkette auf Schiene tatsächlich vom Spielerprofil extrem spannend sein kann. Ich sehe Zehnter einfach vor Jolly. Ich bin ehrlich. Vielleicht täusche ich mich hier. Ich bin nicht im Training. Aber ich finde Zehnter einfach mit seinem Flankenspiel. Und der Dreierkette ist ja defensiv abgesichert, wo seine kleinere Schwäche noch ist. Ist ja wirklich ein spannender Spieler. Vielleicht könnte man ihm wirklich hier Einsatzminuten geben. Aber für mich ist insgesamt, wenn ich mir die Schiene anschaue, für eine Dreierkette immer noch ein mulmiges Gefühl. Bin ich ganz ehrlich. Es reicht nicht. Da muss ein richtiger Transfer kommen, wo ich sage, das ist er auf der rechten Seite, der uns wirklich da Action macht. Mitchell Weiser wäre mega gut gewesen. Vielleicht passiert da ja auch noch was. Man weiß es nicht. Wäre der Megatransfer gewesen, um uns rechts zu entlasten mit seiner Technik und seinem Spiel. Einfach haben wir nicht gemacht. Jetzt ist die Lage noch so, wie es ist. Vier habe ich jetzt einfach Zehner. Mboku natürlich auch noch eine Option. Kann auch Meier, kann auch Engel spielen. Doppelspitze Demirovic und Michel wohl bis in den Konkurrenzkampf. Könnten aber auch nebeneinander spielen. Die passen, glaube ich, auch nebeneinander gut. Und Cardona und Bellio und Berisha sind im Konkurrenzkampf. Berisha-Tendenz, dass er vielleicht er geht. Wenn er bleibt, ist natürlich Berisha. Er startet als Bellio, vom Gefühl her. Und falls Berisha geht, könnte hier auch noch was passieren. Dass ein großer Mittelstürmer kommt. Wir werden sehen. Letzten Endes kann es auch sein, dass noch Flügelzangen kommen. Da muss man einfach die Entwicklung abwarten. Das ist, wie gesagt, nur ein Grundsystem. Es heißt nicht, dass wir jetzt komplett in der Dreierkette planen. Wir werden auch flexibel planen, dass wir auch auf Dreiersturm umstellen können und Viererkette. Also in diesem Sinne könnt ihr gerne mitreden, Leute. Das sind die News erstmal für heute. Es kommt noch ein Marktwert-Update. Da muss ich gucken, wann ich das Video hochlade. Ob ich das heute noch schaffe. Ich möchte jetzt auch nicht zu viele Videos an einen Tag bringen. Vielleicht kommt das Marktwert-Update auch morgen. Werde ich dann noch spontan entscheiden. Und an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ja, bis bald. Daumen hoch. Wäre natürlich super. Und an Tim Breithaupt auch willkommen, wenn es offiziell ist. Noch halte ich mich bedeckt. Noch ist ja nichts unterschrieben. Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.